Hoi, mein Name ist Felice. Ich arbeite bei der Viva Bar als Fachmann Betriebsunterhalt. Neben mir ist Marc, mein Berufsbildner. Ich zeige dir, was wir so machen. Wenn du die Lehre Fachmann Betriebsunterhalt machen möchtest, dann brauchst du handwerkliches Geschick, Ausfuhr und du musst kontaktreudig sein. In der Lehre von Fachmann Betriebsunterhalt sind die Haupttätigkeiten wie Reinigung, Garten, Instandhaltungsarbeiten, Heizung und Zornikär. Am liebsten arbeite ich gerne im Garten. Ich mache gerne Rasenmähen und jäte. Am besten im Beruf gefällt mir die Instandhaltungsarbeiten, weil es am meisten abwechslungsreich ist. Was mir bei der Viva Bar gefällt, ist das Team, wenn sie motiviert sind und Freude haben, dass ich hierher arbeiten kann. In der Lehre aus Fachmann Betriebsunterhalt musst du rechnen und selbstständig, aber auch im Team arbeiten können. Ich als Berufsbildner gebe gerne mein Wissen an dich weiter. Ich persönlich finde es eine spannende Aufgabe, dadurch, dass ich dich sehen kann, wo ich dich noch weiter unterstützen kann. Hast du Lust und Freude, bei uns eine Lehre zu machen? Dann bewirb dich bei uns. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal.